Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben uns heute einen E-Bike-Test vorgenommen und dafür testen wir jetzt einige nicht so bekannte oder nicht ganz so große Bike-Modelle im E-Bike-Bereich. Und Nico ist total abgelenkt, weil der hat Angst um den Sitzplatz in der Sonne. Richtig, und ich habe Hunger und ich kann nichts mehr sprechen. Aber es gibt eh noch keine. Wir sind übrigens auch gerade erkannt worden, jetzt habt ihr auch auf. Mögt ihr unseren Kanal? Während unsere eigenen Bikes gerade einen Bremsservice kriegen, also entlüften und so haben wir uns jetzt mal schnell Test-Bikes geschnappt und boosten einmal Konale Straße. Weil dann hätten wir noch ein bisschen mehr vor für heute. Deswegen müssen wir die Zeit nutzen. Ja, wir testen jetzt mal Merida-Bikes. Falls nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob einer von euch Merida E-Bike fährt. Früher war Merida ja richtig groß, jetzt irgendwie gefühlt so ein bisschen weg plötzlich. Und ja, deswegen waren wir neugierig, was die so auf dem Markt haben. Bei den beiden Merida-Bikes handelt es sich einmal um das schwarze, was ich gerade fahre, ein E-140 9000 mit Carbon und Aluminiummischung. Und einmal das, was Nico gerade fährt, ein E-160 8000 auch mit Carbon und Aluminiummischung. Das Orange Bike ist ausgestattet mit dem neuen EP8 Motor von Shimano. Der hat eine noch höhere Leistung mit 85 Nm und dabei weniger Gewicht und noch etwas kompaktere Ausmaße. Darüber hinaus glänzt der interne Akku mit 630 Wh durch eine größere Reichweite und superschnelle Ladefähigkeit. Die Gabel ist eine Mazoki Z1 E-Bike Plus. Das Federbein ist ein Fox Float DPX2 Performance. Kurbel von Shimano. Schaltwerk ebenso Shimano XT. Schalthebel Shimano SL. Und die Bremsen Shimano SLX. Ja, ansonsten Lenker, Vorbau und ähnliches sind alles Eigenproduktionen von Merida. Die Kassette ist vielleicht noch interessant, das ist eine Shimano M7100. Das schwarze Rad, also das E-140 9000, das ich jetzt die ganze Zeit gefahren bin, wir tauschen aber gleich, also lasst euch nicht verwirren, hat ebenfalls einen Shimano E-8000 Motor. Der Hauptrahmen ist aus Carbon, da ist auch der Akku integriert und der Hinterbau ist aus Aluminium. Dadurch soll es noch ein bisschen hochbrüchter werden, schreibt Merida selbst. Das ist ein bisschen kürzer gebaut, also das Oberrohr ist kürzer als bei dem Orangenbike. Nico hat dann gleich gesagt, dass ihm das Orange lieber ist. Dadurch ist das natürlich etwas stabiler. Ich mag es auch ganz gern Agile, da sind wir so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Und deswegen immer selbst die Bikes testen, bevor man sie kauft. Ja, zu den Komponenten. Das hat auch relativ viel Shimano verbaut, aber kommen wir erstmal zur Gabel. Bei der Federgabel ist es eine DT Swiss F5351 und der Dämpfer ist Fox Performance Elite Float. Kurbel ist von Shimano, Freilauf ist von Shimano, Bremse ist Shimano XT. Und ja, es gibt sonst noch etwas, was interessant sein könnte. Vielleicht das Gewicht, das wie auf ca. 22 Kilo. Wir waren mit den Bikes recht zufrieden. Sind auch gleich den schweren, also an so einem Zeichen schwer, aber eben doch vielleicht ein polnale Trail damit gefahren. Sind gut zurechtgekommen und klar, fremdes Bike ist immer ein bisschen eine Umstellung. Aber ja, also wir waren auf jeden Fall zufrieden damit. Und es hat Spaß gemacht, die Bikes zu testen. Das Fahrrad, jetzt sind wir bei KTM gewesen. Schießt mal gerade hoch. Beste Aussicht, wie gewohnt, vom Gardasee. Machen wir noch einen kleinen Essenstopp. Und dann geht es wieder den Test auf dem Trail. Ganz genau. Bist du schon heiß? Ja, ich freue mich drauf. So, jetzt ist Nico auch wieder glücklich. Erst wenn wir essen. Da sind die guten Stücke übrigens gerade. Einmal. Und zweimal ein. Bei den KTM-Bikes haben wir einmal das schwarze, das ist ein Machina Prola Master getestet. Das kostet laut Internet circa 6.050 Euro und ist etwas schwerer mit knapp 24 Kilo. Vom Motor her hat es einen Bosch der vierten Generation. Federweg 170 mm, der KTM-Bikes hat eine KTM-Bikes hat eine KTM-Bikes hat eine KTM-Bikes hat eine KTM-Bikes hat. Hat ebenfalls einen Bosch-Motor, 625 Wattstunden, 85 Newtonmeter. Der Rahmen ist aus Alu. Schaltwerk ist ein 12-fach SRAM SX. Federgabel ist von Rockshox und Federbein ist von Santur Trier. Ja, wir müssen bei den KTM-Bikes sagen, dass sie uns nicht so besonders eingestellt worden sind. Um genau zu sein, eigentlich gar nicht. Da war die Motivation am Stand irgendwie subhoch. Und dementsprechend kann man dann natürlich schwer was zu den Bikes sagen. Ich bin gleich beim Anfahren irgendwie im Busch gelandet. Einfach weil so wenig Lust im Reifen war, dass ich weggeeiert bin. Und ja, dementsprechend sind wir den oberen Teil vom Trail gefahren. Das hat auch Spaß gemacht. Unten haben wir es uns dann gespart, weil einfach, wenn die Bikes nicht gescheit eingestellt sind, dann macht das Ganze keinen Sinn, dann ist es mehr unsicher als wie spaßig. Und von dem her, ich habe schon mal ein KTM gehabt, da war ich sehr zufrieden. Deswegen wollte ich die gerne ausprobieren. Und da waren wir jetzt eher ein bisschen enttäuschter. Aber da bin ich mir sicher, dass die ein oder anderen von euch vermutlich ein KTM fahren und super zufrieden sein werden. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr für Bikes fahrt und warum. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Für uns ging es damit, wie erwähnt, die Kornale Straße runter und wieder zurück aufs Festivalgelände, wo dann auch schon die unikten Testbikes auf uns gewartet haben. Gerne hätte ich Petra dabei unterstützt, dieses Video zu schneiden und auch was dazu zu sagen. Aber wie ihr hört, meine Stimme ist komplett weg. Deswegen kann er kein Video schneiden, wisst ihr. Als nächstes kommen jetzt die Flyer-Bikes dran. Da probieren wir auch wieder zwei verschiedene Modelle. Einmal das Sechser und einmal das Dreier. Dreimal dürft ihr raten, wer das teurere Test ist. Passend zum Sonnenstand im Herbst, haben wir unsere Teststrecke jetzt auf den Brione umgelegt, weil wir schon gerne im Schatten fahren. So wie im richtigen Leben auch. Immer auf der Sonnenseite. Oben sind wir Monteprione. Ist zwar nur ein Mini-Hügelchen, aber hat halt mega Aussicht. Und das, obwohl es die Tage am Nachmittag immer relativ dísig war, ist natürlich schade. Sonst ist man wirklich bis zum Zipfelchen nach Simeone hinter. Aber trotzdem war es wunderschön und vom Wetter her dürfen wir echt nicht jammern. Ja, Kunststückchen kann Nico definitiv besser wie ich. Ich muss da noch viel üben, fürchte ich. Für uns geht's ab auf den Trail. Und für euch heißt es wieder ein paar Infos zum Bike. Und zwar sind wir einmal das Upro 3 gefahren. Das ist das Marathon E-Mountainbike. So nennen die das selber. Hat 1125 Wh Akkukapazität mit Dual-Batterie. Da sagen die dazu doppelte Reichweite für endlose Türen und Höhenmeter. Das klingt natürlich auf jeden Fall verlockend. Vom Federweg her ist es etwas geringer dimensioniert. Deswegen wohl auch das Marathon-Bike mit 140 und 130 mm Federweg. Und dann hat es eine 2,6 Zoll Bereifung. Laufradgröße ist 27,5 plus dann natürlich mit 2,6. Der Rahmen ist aus Alu. Und eben tut es in den Größen S bis XL. Der Dämpfer ist ein RockShox Deluxe Select R. Die Gabel ist SR Sun Tour. 140 mm eben, wie schon gesagt. Der Motor ist von Bosch, die Performance Line XC. Und der Akku hat, so wie er jetzt drin ist, 625 Wh. Und dafür gibt es eben noch den Aufsatz für die Doppelbatterie. Ja, ansonsten ist wieder recht viel von Shimano. Unter anderem eben die komplette Schaltung und auch die Bremse. Übrigens ist da so ähnlich wie bei unseren M1, dass die auch schon eine Lichtvorbereitung haben. Man das Bike also auch mit Licht kaufen könnte. So, und jetzt lasst uns mal zu dem anderen Bike kommen. Das, was eben Nico fährt. Das ist das Uprox 6. Das ist der Enduro Benchmark mit 170 und 160 mm Federweg. Und das ist wieder ein Mullet. Also vorne 29, hinten 27,5. So, weiter geht's mit ein paar Details. Und zwar ist da der Rahmen komplett aus Carbon. Gibt's ebenfalls in den Größen S bis XL. Der Dämpfer ist ein RockShox Deluxe Select R. Die Gabel ist Fox Float X Performance. Und, oh, ich seh grad. Man könnte sich da aber auch andere Komponenten aussuchen, wie es auch steht, weil da gibt's immer Auswahlalternativen. Also vielleicht solltet ihr mal die Internetseite besuchen, wenn euch das genauer interessiert. Motor ist Bosch Performance Line XC mit 625 Wattstunden. Und die Schaltung ist von S-RAM. Gibt's aber auch mit Shimano. Und die Bremsen wahlweise auch von Shimano oder Magura. Wiegen tut das Bike ca. 25 Kilo, so wie es da steht. Beim Hersteller ist übrigens auch das Gewicht ohne Akku angegeben. Da muss man also gut lesen, damit man nicht reinfällt. Ja, mit den Bikes waren wir auch sehr zufrieden. Das hat viel Spaß gemacht, damit zu fahren. Nichtsdestotrotz waren wir dann auch nicht böse, wieder auf unsere eigenen umzusteigen. Für mich ist Testen eh immer so eine Geschichte. Einerseits war es super spannend, andererseits muss man da wirklich aufpassen, weil man das Bike natürlich noch nicht so kennt. Und ja, dann schneller mal auf der Schnauze legt, als mit dem eigenen gewohnten Fahrrad. Das, was du ja schon selber festgestellt hast. Nicht wahr? Ja, ja. Ja, wenn du ohne Helm, dann muss ich auch ohne Helm. So, Schatz. Hallo und tschüss. Ja, wie ihr gesehen habt, jetzt haben wir doch einige Bikes getestet. Wie viel war es jetzt? Sieben moderne, vier Hersteller. Und ja, am Ende des Tages, wir sind schon sehr zufrieden mit unseren jetzigen, muss man sagen. Aber es war trotzdem sehr spannend, mal querbeet durchzuprobieren. Und uns wird natürlich auch interessieren, was ihr für ein Bike fahrt, ob ihr damit zufrieden seid, was besonders wichtig oder gut daran für euch ist. Und eben, ja, vielleicht ob ihr auch schon mal Testfahrten mit den Bikes gemacht habt, die wir jetzt so getestet haben. Und generell ist ja einfach so, Bike ist nicht für jeden gleich gut. Also man hat nicht immer die gleichen Ansprüche an ein Fahrrad. Deswegen würden wir sagen, wenn ihr euch ein Fahrrad kaufen wollt, dann am besten selber testen, draufsetzen, schauen, ob die Geometrie passt, schauen, ob das Fahrverhalten einigermaßen passt für das, was ihr euch vorstellt. Und eben gerade von der Geometrie her, alleine Nico und ich, wir sind genau gleich groß, aber ich habe deutlich längere Beine wie er. Er dafür natürlich einen längeren Oberkörper, ist natürlich auch ein bisschen stärker von der Kraft her. Und dementsprechend sind unsere Ansprüche manchmal nicht genau die gleichen eigentlich. Und so wird es auch bei jedem von euch sein. Deswegen vor dem Kauf unbedingt selber testen. Also am meisten immer nicht nach Komponenten unbedingt gehen, sondern oder nach Motoren, was ihr gerne gemacht habt, sagen so, ah, Bosch, das, das, das. Sondern setzt euch auf die E-Bikes, probiert sie aus und lasst den Bauch entscheiden. Das ist echt eine ganz gute Wahl, wo man sich halt am wohlsten fühlt. Das ist so meine Devise und ich glaube, wir fahren beide nicht so wenig Fahrrad. Nee, das stimmt. Und man merkt einfach schon beim Draufsitzen bei den ersten Metern meistens, ob es einem liegt oder so gar nicht liegt. Und klar, die Feinheiten merkt man dann natürlich erst, wenn man auch wirklich ein bisschen gefahren ist. Und Einsatzgebiet ist auch immer wichtig, was man mit den Rädern natürlich machen möchte. Ja, zum Einkaufen fragt man einen. Ja, wir hoffen, das Video hat uns, euch, euch, hat allen gefallen. Jetzt wird es Zeit für die Pizza. Gut macht, macht es gut. Tschau, tschau.